Aber mögen sie vor allen Dingen an sich selbst glauben und hilflos werden, wie Kinder. Denn Schwäche ist etwas Großes und Stärke gering. Wenn ein Mensch geboren ist, ist er schwach und biegsam. Wenn ein Mensch stirbt, ist er fest und hart. Wenn ein Baum wächst, ist er zart und biegsam. Aber wenn er trocken ist und hart wird, stirbt er. Ineignung ist der Sandbaden. Bis zum nächsten Mal. 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 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 4. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.